So, und da sind wir wieder im zweiten Part und die Dame möchte einen Fahrschein haben. Ja, gerne, kriegen sie. Ähm, hallo, entschuldigen Sie. Ja, bitteschön, hier, nehmen Sie Ihren Fahrschein. Haben Sie vielleicht noch Scheine lassen? Nee. Fahrschein, bitte. Jep. Stimmt das so hier? Ich glaube, stimmt das so. Geht's vielleicht noch ein bisschen weiter? Mein Gott, hör auf zu meckern hier. Ja, Mensch, fahr! Mann. Zwei Brücker Straße. Zwei Brücker Straße. Ja. Hallo. Morgens. Einmal mal einen Fahrschein, bitte. Ich glaube, sie hat, ich glaube, sie hat mir zu viel gegeben. Oh, Rettungsdienst. Zeigen Sie ja Chaussee, Zeppelinstraße. Ich möchte da mal also nicht einsteigen. Wir sind pünktlich sehr schön. Wir sind pünktlich sehr schön. Ich bin nicht mehr, es wird, aber ich glaube, es wird, wenn wir uns nicht mehr machen. Hier ist es schon ein bisschen weiter. Ich möchte das jetzt mal aus. Wir sind in der Vergangenheit. Wir sind ein bisschen mehr im, der wir sind. Ich möchte hier in der Vergangenheit. Ich möchte das jetzt mal aus. Winkern So, da ist keiner Einmal rüber Hallo Na, Mensch Guten Tag Guten Tag Mühlheimer Straße Möchtest du mal einsteigen? Nee Danke, dass du mich reingelassen hast Wasserwerkstraße Skelle Möchtest du um Dann Engsteigen Euer Zug einmal normal bitte ja einmal normal es ruckelt gerade leicht von der fps zahl her weiß nicht was da jetzt falsch ist ich kann einsteigen und hier ist ein stau doch ach du scheiße was ist denn das hier ist ja endlos langer stadt stehen alle was ist hier passiert alter hey läuft ach du scheiße was hier los alter deshalb parkt es so ach du scheiße was ist denn hier passiert ach du scheiße das gibt ja eine richtige verspätung ach du scheiße ich komme da nicht vorbei scheiße alter wie verpackt es hier einfach ist alter wie viele auto sind es denn über 1000 autos ach du heilige soße ach gott das dauert ja ewig was ist denn hier eigentlich los das ist doch völlig unnormal die uhrzeit aber das gibt ja einen fetten stau eine fette verspätung na toll man fahr doch mal äh äh ist denn mich am bogen jetzt geht es weiter doch nur eine minute verspätung war irgendwie ein kleiner fehler äh aber wo sind die ganzen leute hin ausgestiegen wollen ich muss rüber lässt mich nicht ach jetzt stauert sich das hier wieder jetzt haben wir wieder das problem oh je meine was ist das denn hier halten sie auf schusssee stadtrandstraße die staunen sich hier alle und man weiß gar nicht warum was ist denn hier bloß los tsch ey was machen die denn der fährt ja fährt aber schmarrn man fahr alter was ist denn das äh ey es ist doch nicht wahr das ist ja übelst der stau einfach alter ne man fahr ach was ist es denn leute mensch nur fahr da 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 entschuldigt leute weiter geht's ich hab lust löderweise und reiz zu husten so wie gesagt kommen kommentiert wieder in das video wie es euch gefallen hat ob ihr noch was verbessern wollt an meiner verhaltensweise im let's play und wie euch die gesamte let's play reihe gefallen hat und dann sag ich jetzt schon mal bis bald und bis zum nächsten let's play ciao oh oh goldkäferweg endhaltestelle bitte aussteigen oh 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 Vielen Dank.